Mensch, Martina, Max hat nächste Woche am 22. März Geburtstag. Sollen wir eine Überraschungsparty planen? Oder mag er das nicht? Nein, Emil. Max mag keine Überraschungen. Er muss immer alles selbst planen. Aber ich mag diese Idee. Er braucht ein bisschen Spaß in seinem Leben. Dann machen wir das. Wen laden wir ein? Also, er mag seine Freunde aus der Basketballmannschaft? Das sind dann neun Personen. Ja, aber alles Männer. Dann bringst du deine Freundinnen aus der Yogaklasse mit. Okay, aber dann sind wir zusammen 20 Personen. Wo machen wir eine Party mit so vielen Gästen? Bei meinen Eltern. Wir haben ein großes Haus. Und was meinst du? Wollen wir alle zusammen ein großes Geschenk für Max kaufen? Ja, super. Wenn alle 5 Euro geben, können wir einen neuen Basketball kaufen. Der alte Basketball von Max ist kaputt. Alles klar. Dann müssen wir alle Gäste anrufen. Und wir müssen alle Gäste anrufen. Wir müssen alle Gäste anrufen. Aber wir müssen immer Cuz Robbo du Christmas. Untertitelung des ZDF, 2020